Stopp! Stopp! Asterix! Halt! Stopp! Stopp! Wollte er mir entkommen. Das jemals gar nicht. Haha. Vielleicht mal richtig. Vielleicht Kanone. Da ist noch einer. Soll ich noch fünf. Das ist noch eine Info. Stopp! 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 So. Und jetzt? Wo gehen wir? We going to? Hey! So, grad ich darf das jetzt noch mal machen. Da hoch. Warte, stopp! Vielleicht ist das Schalter ja da oben irgendwo. Ey, wo sollen wir da draustreten, dass der in dich mal in die Belohnung kommt? Da drüben! Ist klar. Und natürlich wieder ein fauchten Helme. Dankeschön. Oh Junge, ist doch gut so. Warte mal. Bin gleich wieder da. Bum 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 Ist immer blöd wenn man nebenher aufnimmt wenn man anderes Video hochlädt. Ich glaube dieses Video wird wahrscheinlich etwas später erscheinen, da so wie ich mich kenne, ich mich morgen mit das Rubin-LP verabreden werde und dann kommt da noch einer auf mich zu. Geht denn das? Egal, ich habe Turbo, auch im Schwimmen, ist ja lustig. Das hat jetzt lange nicht so gut funktioniert, ach nö, komm schon, was soll der Case? Ich liebe es, ich liebe es richtig. Drei große Goldteile, naja, die sammeln man halt so nebenbei auf. Ähm, da ist ein Silberner, den brauchen wir nicht. Was hier der Case? Information, unterbrochen. Da ist der letzte Heiler. Der letzte Schrei. Ach Gott, ist der winzig! Ich bin der putzig, der kleine Kerl da, der kleine Zenturio. Geiles Bonus. Ich schrei mich krank, ich schreib mich grad tot. Ist der goldig, der ist ja richtig putzig und jetzt machen wir es ganz einfach so. und bam 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 bam! Autsch! Das macht man nicht. Das ist ganz, ganz böse von dir, Junge. Junger Römer. Einfach benehmen, bitteschön. Ah, stopp, ich kann doch. Ich kann doch. Ich kann doch. Ich kann doch eins. Jawohl. Eigentlich war der auch noch drin im Preis, aber anscheinend war der Kombo-Modus schon weg. Der war ja sowieso schon weg, wo ich die Dings-E-Kombo eingelöst habe, aber... Das macht man so nebenher halt. So, etwas mehr Römerhelme und das auch, das auch. Denn wir wollen uns ja gleich beim nächsten Händler noch die Kombo holen. Ich glaube, 75.000 Römer-Helmer hat gekostet, wenn ich noch recht weiß. Und da sind wir noch einiges weg. Na ja, vielleicht schaffen wir es ja in den... In den nächsten... Im nächsten Kattenteil. Was wir hoffentlich hier in der Schweiz bekommen werden. Ja, du kleiner... Du kleiner Kerl, Junge. Da ist ja einer. Ich hab dich nicht aus den Augen verloren. Du brauchst ja gar nicht denken. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich seh bloß noch Fäden. Oben Fäden, Unten Fäden. Das Fadenteil am Ende. Ähm. Lol, wo muss ich hin? Wo ist denn da der Anschluss? Da oben! What the fuck? Ah, ich kann da drauflaufen. Ah, dann ist es... Dann ist es ja Kuss mit Sprung, ey. Okay. Und Hepa, das war ja so fast von... Scheiß klar. Was macht denn ihr Schwinn? What the helly! Das sind springende Römer. Genau die habe ich vorhin gemeint. Wow! Wenn man da die Ziele so super sehen kann. Ach man, das ist so. Das war auch eine Möglichkeit. Und ich sehe, ich sehe. Hey. Obelix. Knall drauf. Ah, stopp! Astro, ist hier geblieben. Nicht wegrollen, du Kleiner. Wolltest du... Wolltest du wegrollen? Das geht aber nicht. Weil den Malwurf kommt, wo es scheint... Astro scheint Obelix nichts zu machen zu können. Habe ich jetzt gerade versucht, aber es ging gerade nicht. So, und was geht? Erwartet uns da oben? Oh, zwei eine Tröpfchen. Zwei eine Tröpfchen und Rüschchen. Ja, fliegt doch weg. Jetzt muss ich sowieso bloß auf. Oh, zwei nette Röhmchen. Eins, zwei, drei, vier. So. Dieses Spiel wird einfach immer abstrakter. Oh, 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 oh. Geschwindelfreie Höhe. Wow. 26. Hörmmer Helm. Pro Helm. Okay, also wenn das so weitergeht, dann glaube ich mehr, dass es... Kein Problem, Wirt. Nein! Stopp, Obelix. Du musst ja die Tür öffnen. Och, was mache ich für eine Scheiße? Was geht? Ah, pass mal auf. Ist das geil, ist das super. Ups. Da fliegen Römer davon. Da fliegen Römer weg. Von hier. Haha, löscht dich. Ist das geil. Da fliegen Römer weg. Hier fliegen Römer. Ups. Nein, da springe ich jetzt noch nicht. Habe ich keine Lust. Ach, hoffentlich kommt da wieder Rutschgefahr in die Welt, was ich allerdings nicht glaube. Obwohl da die Schweiz, wie wir wissen, in... Teilweise... in den Alpen liegt, glaube ich. Das wissen Schweizer besser. Aber ich glaube, ein Teil von den Alpen gedacht wird die Schweiz durch. Naja, ist auch egal. Schweizer sollen leben. Hoch, mit den Schweizern. Da rum. Aber wie schnell wir jetzt 3000 Römerhelme gehabt haben. Oh, ein Mirakel. Ja. Kann man auch speichern. Frei chulen. Ja. 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 Vielen Dank.